So, heute ist der 6. Dezember 2020 und KDJ, keine Angst, wird euch keinen Nikolaus-Song vorspielen, eher das Gegenteil. Das wird ein Song, der passt eigentlich überhaupt nicht in diese Saison, der ist sozusagen aus der Zeit gefallen. Der Text stammt aus meiner früh-expressionistischen Phase gewissermaßen. Ja, das gab es mal und ich präsentiere ihn heute besonders gerne, gerade weil er nicht so in die Zeit passt. Die Fremde. Sie wird im Kreis reiz zwischen Gewollern, wo Edelfeuer in Erfolgendes blühen. Und grüßt die Spiegel, sich Karfosserien im Sprung von Ungeweiher. Blassiert bläht sich der gleichgültige Hörer, des Grimms, Lüstern und Leder, Anarchie. Die Spiegel, sich Karfosserien im Sprung von Ungeweiher. Die Spiegel, sich Karfosserien im Sprung von Ungeweiher. Die Spiegel, sich Karfosserien im Sprung von Ungeweiher. Sie wird im Sprung von Ungeweiher. Die Spiegel, sich Karfosserien im Sprung von Ungeweiher. Verkrümmelt kalt ein Fahrer sich am Schleuer, gebräunte Schulterspitzt am Brunnenrand, ein Ufer grenzt und flattem Flug gerannt und Gas durch mit dem Feuer. Die zarte Plastikleiche, Bild zerstümmelt, kaum jemand ist, den zum Himmel gestarrt, die Fremde lacht und leidet, krägt doch krank. Von Bild so hingelümmelt und lächelt ihre Fahnie müde, wandert sie über einen Mauern und Hautern dahin. Taucht und im Untergang gewandert in Farbenkluft verblasste Zähne dahin. So irrt sie vor, starrt sie zwischen dem Feuer, wo er die Fölle in der Fäule ist blüht und grünzt die Spiegel auf der Wasser im Blech von Ungeheuer. Die Fäule blickt hinab auf die Stadt, sie hat all das Getriebe so satt, der Mensch hat einen besonderen Spiegel, frei sein und flug nach Bild und sein. Frei, 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 freiheit, wohin? Frei, 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 wo ist der Sinn? Frei, 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 freiheit, wohin? Frei, 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 wo ist der Sinn? Frei, 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 freiheit, wohin? Leute, bitte sind frei, aber mit Solidarität.